So, ja, herzlich willkommen zum Start der Coach-Klinik-Serie von den DBB-Online-Fortbildungen. Ich freue mich, dass wieder so viele den Weg hier reingefunden haben. Interessantes Feedback nach der Klinik von vor zwei Wochen. Viele Sachen waren uns natürlich klar, dass wir da so einen Probelauf nochmal gemacht haben. Auch jetzt interessantes Feedback, also diese Hürde, sich anzumelden über dieses Portal, anstatt einfach nur den Link anzuklicken, ist interessant. Dass es tatsächlich eine Hürde ist, da müssen wir auch nochmal intern drüber sprechen, ob wir das beim nächsten Mal weiter so laufen lassen oder ob wir einfach nur den Link wieder raushauen, wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben. Ich bin heute alleine, das heißt, ich habe keinen Supporter in Form von Helmut Wolf oder Peter Radegast, nur zur Organisation. Die Klinik wird aufgezeichnet, das wisst ihr, damit sie auch im Nachgang allen zur Verfügung gestellt werden kann. Ich würde euch bitten, wenn es euch möglich ist, die Kamera anzumachen. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es halt so. Also ich würde euch auch bitten, euch mit eurem vollen Namen anzumelden. Das wäre auch super, damit wir dann auch einen Überblick bekommen, wer in der Klinik teilnimmt oder teilgenommen hat. Und ja, es wird so ablaufen, dass wir immer wieder Fragen erlauben. Die Klinik ist im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich einfach drauf losgemacht habe, wie ich das einfach auch so gewohnt bin von mir, ein bisschen mehr strukturiert. Was heißt auch gleichzeitig, dass wir dann auch strukturierter Fragen stellen und so weiter. Ich würde wie folgt vorgehen wollen. Sollten irgendwelche technischen Probleme auftreten, sprich, man würde mich nicht sehen oder hören, dann bitte ich, das Mikrofon euch zu starten, irgendjemand aus der Gruppe und das dementsprechend mir sofort mitzuteilen. Und sollten Fragen aufkommen während des Vortrags, wenn ich jetzt anfange, würde ich auch bitten, die Fragen genau wie beim letzten Mal auch in den Chat zu schreiben. Ja, und ich würde dann, wenn ich dann freigebe für Fragen, dann in den Chat schauen und einfach mal durchscrollen und gucken, wo wir ansetzen und drauf eingehen. Gut, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und genau, ja, dann würden wir dann im Prinzip auch schon loslegen. So, okay, also, heute sind wir in der kurzen Themenübersicht. So wird die Klinik heute aufgegliedert sein. Also wir reden am Anfang über Transition und Pressure-Release-Optionen, weil das beim letzten Mal zu kurz gekommen ist ein bisschen. Wenn wir über Einstiege sprechen, im Nachgang wurde ich sehr viel noch angesprochen, welche Reihenfolge und warum was. Und ja, dann werden wir da ein bisschen nochmal drauf eingehen. Und bei den Seitenwechselgeschichten pointen wir nochmal so die Hauptsachen aus der Offense raus. Und wenn es dann ein bisschen mehr in die Integration in Offenses geht, dann wollen wir auch ein bisschen noch das aufholen, wozu wir beim letzten Mal nicht gekommen sind. Und dann geht es natürlich in die Frage-Antwort-Runde am Ende. Gut, fangen wir mal mit was an, was mir extrem wichtig ist. Und zwar ist das, ja, die Tatsache, dass wir immer, egal was wir jetzt gleich besprechen werden, wir übergeordnete Mottos haben. Ich hatte die beim letzten Mal in der Klinik schon rausgestellt. Ich möchte sie jetzt auch nochmal verschriftlich draus stellen. Und das Dokument von der letzten Klinik wird am Ende dieser Klinik hier in den Chat gestellt. Und auch nochmal über den DGB in dem YouTube-Channel verlinkt zum Download. Das ist noch nicht rumgeschickt worden. Und deswegen, wenn wir das jetzt auch von der Klinik machen, mir persönlich, es sind diese übergeordneten Mottos in unserer Offense extrem wichtig. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ohne diese Mottos wir nicht so angreifen, wie unsere individuellen Fähigkeiten das zulassen. Und es ist immer wichtig für mich persönlich, dass wir jederzeit die Chance haben, aus etwas auszusteigen. Und dass wir auch verstehen müssen, gegen wen wir spielen und was wir für Fähigkeiten haben. Und deswegen, wenn ich jetzt diese Mottos nochmal aufzähle, wie ich spiele auf den Korb, dann ist das etwas, wo viele Athleten oder Athleten oft einfach den Ball weiter bewegen wollen, damit irgendwie die Offense durchgespielt wird. Das ist natürlich am Ende eines Viertels oder einer Shot Clock, wo man die Uhr oder je nachdem, ihr wisst, was ich sagen will, das ist dann nützlich. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, dass für uns jede Option eine Option ist. Und deswegen ist Spiele auf den Korb für uns unfassbar wichtig. Ich spiele den Weg. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir, während wir uns auf dem Feld bewegen, zu einem Screen laufen, auf dem Screen vorbereiten, dass wir immer auch die Chance erkennen müssen, auf diesem Weg in die neue Situation abzubiegen und einen Vorteil zu generieren. Ich glaube, dass das oft auch den Athletinnen und Athleten so nicht bewusst ist, dass sie die Chance dazu haben, das Spiel zu spielen. Nimm, was da ist, ist praktisch der Klassiker nach dem Motto, wir lesen die Verteidigung, was natürlich ein Punkt ist. Aber Spiel dein Matchup hat auch etwas damit zu tun, dass ich vielleicht auch Dinge forcieren möchte, aufgrund meiner individuellen Fähigkeiten oder auch den Gegebenheiten, die mir die Defense gibt. Und deswegen nutze deine Fähigkeiten, wenn es um mich ein bisschen mehr geht, versus Spiel dein Matchup auch zu dem, gegen wen greife ich jetzt überhaupt an und was kann die Person von mir überhaupt wegnehmen und wo habe ich persönlich selber Vorteile. Also wenn ihr alles seht, bitte nehmt das so als übergeordneten Punkt mit. Wenn wir in dem ersten Teil der Klinik über Transition Offense im Five-Out Spacing sprechen, dann gehen wir ein bisschen in das Transition Spacing rein und da sind erstmal zwei übergeordnete Bilder, wo man sagen muss, okay, das ist jedem klar, also wenn wir jetzt die Angriffsrichtung im Prinzip hier in diese Richtung, haben, ja, dass wir wissen, okay, es gibt irgendwie einen Rebound und wenn wir Outlet-Pässe spielen, dann wollen wir die auch in diese sogenannte Outlet-Pass-Area haben und die ist idealerweise natürlich oberhalb der Freiburflinie zu finden. Ich finde, das sind auch so Kleinigkeiten, die man oft im Alltag mal hinten dran stellt und sagt, okay, ja, wir passen den Ball irgendwie irgendwo hin nach vorne, Hauptsache schnell und ich finde, dass man vielleicht da auch mal einen grundlegenden Punkt machen kann und kann sagen, ey, wir wollen den Ball in diese Areale bekommen. Dann gibt es natürlich dann die Phase, wo Beschleunigung ist, wir haben das Increased Speed genannt und dann natürlich die Phase mit der Breakdown-Line, wo wir das Tempo wechseln, wo wir erstmal schauen, wie viele Leute sind da und wir machen uns ein Bild davon, was im Prinzip, ja, in der Zone los ist. Und dann, wenn man das rechte Bild anschaut, wenn wir ein Dribble-Outlet setzen würden, dann würden wir halt diese Spuren nehmen in der Elbow-Elbow-Area, deswegen steht da auch Dribble-Outlet, Outside-Lane ist klar, sind die beiden Außenspuren und ja, Lane for Position 5 ist dann im Prinzip alles, was in der Mitte ist, je nachdem, wie man die Offense in der Transition definieren möchte. Da kommen wir jetzt gleich zu. Ich möchte eine Sache mal rausstellen, was ist immer sehr auffällig im Sommer bei uns. Wenn ein Athletin ein Defensiv-Rebound holt, dann haben wir ja jetzt über diese Areale gesprochen, wo wir sagen, okay, das wäre jetzt so ein Ideal-Areal und je nachdem, ob wir gegen jemanden spielen, der eher aggressiv verteidigt, darf man einfach nicht vergessen, dass wenn wir gejammt werden, also wenn wir attackiert werden von der Verteidigung, dass dieser Pass ja nach außen in dem Fall, also nach da, wesentlich einfacher ist und dann auch ein Dribbling in diese Richtung, um den Ball in eine bessere Position zu bekommen, als wenn wir verlangen würden von unseren Spielerinnen, dass das Ganze so abläuft, dass wir gegen den Druck der Verteidigung gleich sowas machen, also ein Curl laufen, weil dann kommen wir in ein Passfenster rein, was gefährlich ist, weil wir jetzt schon an den Händen der Verteidigung vorbeipassen müssen. Und das hört sich irgendwie simpel an, aber ich möchte nochmal daran erinnern, warum der Outlet eigentlich Outlet heißt. und warum das auch definitiv Vorteile hat, den Ball erstmal nach außen auch zu passen, je nachdem, wie man das dann gestaltet. Generell ist es bei uns so, wenn wir in die erste Situation einsteigen, Rebound 5, dass wir auf der Position 1 bis 4 wirklich positionslos agieren. Das würde bedeuten, dass im Idealfall wir ein erstes Level schaffen auf der Außenspur, wo wir weg sind und dementsprechend sich dann die anderen beiden Spielerinnen so orientieren, dass wir ein zweites Level schaffen in der Transition. Und es ist im Prinzip so, dass die Aufgabe ist oder die Ansage ist erstmal wirklich außen zu laufen, egal wer ich bin oder außen zu sein, damit dann der Ball mich finden kann. Und idealerweise, wenn wir das Spiel wirklich sehr, sehr schnell gestalten können, haben wir auf der Position fünf Leute, die dann in der Lage sind, ein Dribble-Outlet zu setzen. Und je nachdem, wen wir dann treffen bei diesem Dribble-Outlet, so entsteht dann auch die Geschwindigkeit des Spiels. Es kann sein, dass ich es schaffe, den Ball gleich auf das Level zu kriegen, nach vorne, was ideal wäre. Ja, und so hätte man natürlich die klassischen Situationen, wo wir im Idealfall ein 2 gegen 1 herstellen können. Ja, oder ich schaffe es dann, in vielleicht nächster Instanz den Ball in dieses Level zu bekommen. Wir würden, wenn wir hier ein Dribble-Outlet nehmen, auch von einem sogenannten Delayed-Pass-Outlet sprechen, also einem verzögerten Outlet. Ja, und in dem Moment, wo wir den Ball in diese Ebene kriegen, würden wir dementsprechend auch anpassen. Sprich, wir würden von der Außenposition abbiegen, um auf diese Spur zu kommen. Und das wäre eine Sache, wo wir so unsere Position finden in Net Transition und daraus dann ja, was generieren. Können wir den Ball nicht auf diese Ebene spielen, die wir gerade angesprochen haben, sprich, die obere Ebene. Also wir haben das hier Ebene 1 genannt, also Level 1 und das ist Level 2. Dann würden wir natürlich weiterlaufen und würden versuchen, die Corners zu füllen. So, jetzt gibt es eine Sache, die man natürlich, und die ist sehr, sehr wichtig, die möchte ich auch hier nochmal rausstellen, ganz klar reinbringen muss. Wenn ich diesen Ball bekommen habe, hier, dann läuft ja schon diese Spielerin weiter. und es kann sein, dass ich dann in eine Situation komme, die sieht wie folgt aus, ich habe hier den Ball bekommen, Corners sind filled, ja, und jetzt ist aber die Person trotzdem vor mir in einer besseren Position, ja, dann kann ich den Ball nochmal übergeben in diesen Bereich rein und kann dadurch den Ball weiter nach vorne pushen. Und sowas ist zum Beispiel für uns sehr wichtig, weil in dem Moment, wo wir den Ball hier bekommen haben, werden wir als sogenannter Lead Guard definiert. Lead Guard ist die Person mit Ball, deswegen ganz einfach Lead Guard und weil wir hier uns im Level 2 bewegen, werden wir praktisch der Trailer oder der sogenannte Trail Guard, ja, also wir würden das tatsächlich auch so nennen bei uns, Lead Guard, Trail Guard, und wenn wir halt in diese Situation kommen, wie hier, wo der Lead Guard praktisch den Ball nochmal bewegt, dann tauschen diese Rollen, das heißt, ich werde in dem Moment zum Lead Guard und du wirst zum Trail Guard, okay, unabhängig davon, dass wir die Corners besetzen und das ist erstmal so grundlegend, wie wir uns positionell bewegen würden bei Rebound von Position 5, so, jetzt wird es spannend und das ist jetzt auch eine Philosophie-Frage, wie man das am Ende lösen möchte, wenn wir darüber reden, dass die Position 1 bis 4 Rebound wird, dann heißt das für die Position 5 erstmal folgendes, ich bin weg, das heißt, in dem Moment, wo ich nicht involviert bin als Position 5 in den Defensiv Rebound, bin ich weg und jetzt geht es darum, okay, was ist meine Aufgabe auf Position 1 bis 4, wenn ich nicht Rebounde, okay, Außenspur besetzen, das heißt, wir schaffen jetzt ein Level 1 im Prinzip damit und dann haben wir halt nur eine Person, die dann Level 2 bekleidet und das ist dann die Frage, wo befindet die sich, ist die eher auf der Seite oder eher auf der Seite und in dem Moment, wo ich Rebounde, bin ich automatisch gleich Lead Guard und in dem Moment, wo ich die Position einnehme, wo ich nicht vorne bin, also in diesem Bereich hier, ja, da bin ich automatisch gleich Trailer Guard, okay, und dann kommen wir natürlich raus, die Prinzipien sind die gleichen, schaffen wir den Ball in die erste Ebene zu kriegen, ist dann die Frage, welchen Fokus haben wir, also sprich, wir haben die 5 vorne, schaffen wir den Ball in die erste Ebene zu kriegen, ähm, welchen Fokus haben wir, möchten wir, dass wir die 5 auf die Weakside schicken, möchten wir einen Early Post-Up haben, möchten wir einen Ballside Post-Up im Anschluss haben, ähm, wollen wir diese Situation überhaupt spielen oder gehen wir automatisch gleich auf den Spot hier, um in eine 5-Out-Office zu kommen, und das ist immer eine Frage, ähm, welchen Ansatz man da fahren möchte, ähm, und vor allen Dingen, was das Personal hergibt, ja, also was gibt man Personal her, wenn wir jemanden haben, der hier innen natürlich sehr gut ist und der sehr viel Erfahrung hat, äh, eine gewisse Size hat, eine gewisse Athletik, einen gewissen Körper, dann macht das natürlich ganz viel Sinn, diesen Vorteil, den man jetzt innen hat, auch zu spielen, ähm, aber wenn ich das eben nicht habe, da macht es vielleicht eher Sinn, Platz zu geben, ähm, und, ja, die, die Qualität eher im 1 gegen 1 hier außen zu sehen, ja, und das ist immer so ein genereller Ansatz, wo man gucken muss, okay, wenn man auf dieses erste Level kommt durch den Pass, will man mit der 5 vorne was, was machen oder nicht, gehen wir mal weiter, ähm, nehmen wir mal an, ähm, wir können halt dem Ball nicht passen, ähm, dann ist das natürlich in einem Game, wo man die 5 als Reboner hat, super easy, weil dann kommen wir gleich in unsere 5-Out-Offense, ja, und kommen dann praktisch in unsere Entry-Geschichten, unsere Entry-Phase, Arrival-Phase, wo wir natürlich gucken, was geht, ist das Ganze im Dribble-Push hier, so, und die 5 ist da vorne, dann muss ich tatsächlich eine Entscheidung treffen für mich, ähm, und zwar, will ich jetzt diesen Vorteil in 4-Out-One-In spielen, oder will ich wirklich konsequent in den Vorteil gehen, 5 Außen zu spielen, und das hängt ja natürlich ganz stark damit zusammen, was ich hier angesprochen hatte, mit der Dominanz oder der Qualität der Spielerin oder des Spielers auf der Position 5, und, ähm, es muss einem bewusst sein, dass, wenn man sich jetzt darauf committen würde, okay, man will jetzt diese 5-Out-Geschichte verfolgen, dass dann der Spot, der zu suchen ist, ganz klar dieser Spot ist, wenn die Position 5 vor dem Ball ist, okay, so, genau wie das natürlich der Fall wäre, wie ich es hier eingemalt hatte, dass der Spot im Prinzip zu suchen ist, wenn die 5 hinter dem Ball ist, ja, und, ähm, das sind, das sind so ganz wichtige Punkte für mich, wo man dann schauen muss, okay, will man jetzt in diesem 4-Out-One-In Spacing, ich nenne das immer 41 oder 41, deswegen steht das da auch weiterspielen in der Transition-Phase oder möchte man eben das nicht machen, sondern man möchte sagen, nee, wir gehen konsequent in die 5-Out-Offense, weil wir da keine Dominanz sehen, sondern wir sehen eher eine, ja, einen Vorteil in dem, dass wir hier die Zone ein bisschen auf der Ballseite öffnen, ja, und dann den Spot auch suchen. So, das ist eine Frage, die muss man sich als Coach beantworten, wir bei der Nationalmannschaft machen das sehr personalabhängig von unseren Kadern, ob wir da was wollen oder nicht und wir würden dann in der Transition-Phase in 4-Out-One-In eventuell weiterspielen, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen oder wir würden dann das Spacing ändern und zurück in 5-Out gehen. Gut, so viel erst mal zu diesem, zu diesem, ja, orientieren, wo gehen die Leute hin, wo gehen sie nicht hin. Selbstverständlich haben wir jederzeit die Möglichkeiten, in Drags zu gehen. Ich will das jetzt nicht ausmuchern lassen, weil sonst reden wir eigentlich eine Stunde nur über Transition-Offense-Drag-Screen-Optionen. Ich möchte dabei nur nochmal was rauspointen. ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man über Spacing spricht, dass klar ist, haben wir eine Corner oder nicht, ist die Corner filled oder ist sie nicht filled, ja, also das muss man so ein bisschen, ja, wobei Rot ist übertrieben, das ist so etwas und dann ist auch wieder die Frage, bin ich vor dem Ball, bin ich hinter dem Ball, bin ich erster Screener oder bin ich zweiter Screener, wenn wir über Double Drag reden und sind die anderen Spots besetzt, also bin ich mit dem Ball in der Area hier angekommen oder bin ich mit dem Ball in der Area hier angekommen und haben wir auch so viel Platz, dass dann tatsächlich die beiden Spots, was unfassbar wichtig ist für unsere Offense, auch besetzt sind. Das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist, wenn wir über Drag Optionen nachdenken oder Double Drag Optionen. in der Transition und natürlich entstehen dann dementsprechend auch Reject-Fenster und so weiter. Da haben wir schon ein bisschen mehr in dem ersten Teil drüber gesprochen. Trotzdem gehört das für mich zu diesem Transition-Thema und muss damit rein. Was für uns auch ein Riesenpunkt ist, ist ein sogenannter Mismatch-Scan. Nehmen wir an, wir sind in dieser Five-Out-Geschichte und wir haben Vorteile und besonders auch Vorteile hier auf den beiden Positionen. Ich hatte das in der letzten Clinic angesprochen. Dann können wir natürlich hier sofort innen den Ball fordern und gehen in ein sogenanntes Short-Corner-Post-Up oder wir haben die Chance über ein Weak-Side-Duck-In da den Ball zu fordern, was natürlich mir die Position eröffnen würde, Richtung Corner zu gehen und wo wir auch über die große Spielerin in der Mitte auch wieder andere Winkel herstellen können oder das Post-Up dementsprechend auch weiterspielen können. Und dieser Mismatch-Scan, der ist jetzt nach innen geguckt für die Leute, wir können den aber auch genauso gut außen gucken. Also wenn man dann sagt, okay, wir haben vielleicht jemand hier in der Corner und wir kommen das Feld runter und ich habe hier jemand in der Verteidigung ich nenne jetzt extra mal X-Forward der nicht die Füße hat für mich da kann ich natürlich auch zurückkommen obwohl das vom Flow her nicht so unser Game wäre und ich kann natürlich sofort versuchen hier eins gegen eins zu gehen oder wir stellen den Vorteil eher auf der Position hier in der Ecke fest dass man dann eine Aktion versucht zu laufen wo nicht unbedingt geswitcht werden kann dass man eher so weiten Curl läuft und jetzt kommt und jetzt die Defense mitgezogen wird und man darüber versucht dann den Vorteil hier zu generieren in der Außenposition und vielleicht auch die Chance hat dann auch wieder diese Gap diese Lane zu nehmen also der Scan ist nicht nur innen sondern er ist auch außen und natürlich auch für die Athleten mit Ball oder halt auch für die Person hier da brauchen wir auch nicht drüber sprechen also ihr könnt euch schon vorstellen was damit gemeint ist ich glaube dass es wichtig ist dass wir unseren Athletinnen und Athleten verdeutlichen dass ja wir nicht nur Fastbreak laufen um den Ball nach vorne zu passen für 2 gegen 1 sondern Fastbreak und Transition Flow gibt uns so viele Möglichkeiten und es ist immer die Frage kriegen wir den Ball in dieses erste Level nach vorne auf die Außenspur oder in das zweite Level und was können wir daraus generieren und bekommen und wie wollen wir dann am Ende falls wir in so eine Secondary Option reinkommen je nachdem ist der Fünfer Trail weil er gereboundet hat oder Lastest einfach als letzte Person mitläuft wir automatisch in 5 Out sind oder wollen wir aus 4 Außen eine Person innen über diesen Weak Side Elbow dann in eine 5 Out Offense einsteigen ich glaube das ist erstmal etwas was eine Rolle spielt so jetzt muss man natürlich sagen es ist natürlich nicht immer so dass alles perfekt läuft man muss im Prinzip noch zwei Sachen rauspointen die erste Sache die ich rauspointen möchte ist wenn jetzt alle gelaufen sind und der Ball wird weiter gepusht ihr kennt das vielleicht aus dem einen oder anderen Spiel was ihr mal am Dienstag oder Donnerstag oder Freitag Abend seht oder auch teilweise Mittwochabend dann kann man natürlich auch gleich in eine Situation kommen wo der Ball sofort in der Mitte hier praktisch nach vorne gebracht wird und man kann gleich darüber dann auch die Offense initiieren und das könnte man dann einfach indem man dann eine Richtung ansteuert zum Beispiel diese Richtung und dann gibt es auch die Option dann weg zu cutten in unsere Offense einzusteigen zum Ball zu kommen oder wieder ein Corner Angle Screen zu stellen das sind so zum Beispiel Ideen wie man dann wenn man diesen Pfad hier nehmen würde ja einfach auch direkt in einfache Optionen der Five Out Offense die wir schon in Teil 1 angeteasert haben nutzen kann und direkt einsteigen kann es geht dann weiter und zwar kann natürlich auch die Situation entstehen dass wir zum Beispiel zwei Leute auf einer Seite haben die die laufen und wir haben ja jetzt eine Person hier und die fünf ist schon vorne nehmen wir mal dieses Beispiel dann kann ich mich jetzt natürlich entscheiden okay wie will ich das Ganze definieren und nehmen wir mal an wir sind in der Thematik und sagen ja wir wollen gleich in eine Five Out Geschichte einsteigen dann würden wir praktisch so ankommen ich gebe euch mal ein neues Bild wir sind hier wir haben zwei Corner wir sind als Lead Guard hier unterwegs wir haben aber den Trail Guard auf der Ball Seite also das ist nicht ganz optimal aber dadurch eröffnet uns das natürlich wieder enorm viel Platz in der Double Gap hier die dadurch entsteht und diesen Vorteil wollen wir natürlich nutzen und man kann jetzt mit zwei grundlegenden Elementen arbeiten man würde praktisch gleich in eine Get Action gehen wo man diese Double Gap auch nutzt und gleich attackiert oder man würde einfach einen dementsprechenden Hook Screen stellen oder Vertical Screen und würde gleich hier na das sieht man nicht gut das gefällt mir nicht entschuldige kurz ja besser man würde dementsprechend hier diese Double Gap nutzen für eine Attacke ja was immer daraus entstehen kann und ja das wären so Ideen wie man damit umgeht natürlich kann man auch solche klassischen Elemente verwenden ich bin da nicht unbedingt so ein Fan von dass man sagt okay wir sind jetzt zu zweit hier gelaufen und wir merken es ist kein gutes Spacing weil der Ball hier kommt dann würde man einfach früh durchlaufen und dementsprechend auffüllen und dann sich verschieben ja das ist natürlich eine Möglichkeit die man immer machen kann das Ganze natürlich auch in der Situation wenn wir hier sind wir haben hier zwei Leute ich bin mit dem Ball hier und ich komme so rein dann gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten die ähnlich sind die ich hier gerade schon angesprochen habe entweder wir gehen gleich in das Double Gap Fenster rein oder in das Board Transfer Fenster mit der 5 und würden dann dementsprechend die Sachen nutzen die wir dadurch bekommen ja das wäre dann halt genau dasselbe man würde mit dem Pass das Ganze eröffnen oder man würde gleich mit einem dementsprechenden Screen da agieren man kann natürlich das Ganze auch ein bisschen wieder boostern ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen je nachdem wer hier den Ball hat kann man natürlich hier auch den Ball noch mal bewegen oder tauschen gut Lösungsansätze und Idee in der Transition Positionen für einen Vornball für einen Hinterball Entscheidung bleibt man in vier Außen eine Person in fünf Vor Ball oder geht man konsequent in fünf Außen passend dazu geht es jetzt in die Situation wie wir generell nach Korberfolg einwerfen wollen und zwar würden wir immer so einwerfen dass die fünf den Einwurf macht und wir würden uns mit zwei Lead Guards anbieten das heißt das ist so unser Grund Setup jetzt flippe ich natürlich den Court das ist sehr unprofessionell bleiben wir mal in dieselbe Spielrichtung Stefan fahren ok und man hätte dann zwei Spielerinnen oder Spieler die Außenspur füllen würden um auch wieder dieses Level 1 herzustellen oder das Level 2 und wir würden dann praktisch je nachdem wem wir in die Lead Guard Rolle bringen wollen die andere Person würde dann automatisch Triggered werden dann in den Beivortrag schicken und das kann natürlich auch zum Beispiel tauschen wenn wir sagen wir haben ein bisschen mehr Druck und jetzt kommen wir praktisch schon in das nächste Thema so ein bisschen reingeslidet wo ich aber noch nicht so konsequent reingehen will ich würde jetzt erstmal kurz anhalten und aufmachen für Fragen dafür gehe ich auch mal kurz raus und ups okay gut keine Fragen im Chat okay dann trinke ich Wasser alles klar dann mache ich weiter gut dann kommen wir zu dieser Situation dass wir dann natürlich auch über Pressure Release Aktionen sprechen wollen also wenn wir Druck haben ich fange mal einen Schritt weiter hinten an also natürlich können diese Leute sich immer hier gegenseitig screenen ja hat 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 den Vorteil man kriegt den Ball dann vielleicht in der Bewegung oder man hat hier ein Duck in oder ich muss euch das nicht groß erklären ich kann natürlich auch zur Seite weg brechen ja das sind alles Möglichkeiten die wir haben das ist allgemein bekannt wir würden das Ganze dann so auflösen wenn wir den Ball auf einer Seite eingeworfen haben dass die 5 immer automatisch hinterm Ball bleibt und dass der andere Lead Guard in der Position hier erstmal curlt das wäre sozusagen auch unser Press Break wir würden dann die Leute nicht so weit laufen lassen und wenn dieser Curl stattfindet dann ist natürlich unser Ziel auch diese Person zu treffen um gleich den Ball raus zu bekommen und den Ball weg zu kriegen sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen dann passiert folgendes wir sind jetzt hier wir sind den Curl gelaufen wir sind hinterm Ball wir sind in diesen beiden Sports wir haben den Ball nicht bekommen und wir würden jetzt die Person praktisch durchschieben und würden jetzt die 5 mit in die Aktion bringen und jetzt würden wir den Ball entweder in die Area reverseln und dann weiterspielen was bedeuten würde okay ich würde jetzt nachcutten nach dem Reversal und würde versuchen hier von dir den Ball wieder zu bekommen und zu pushen ja das wäre das eine oder ich könnte natürlich auch den Ball weiter bewegen in diese Richtung und je nachdem wie viel Druck ist oder wo der Druck ist können wir natürlich auch den Ball gleich über die Mittellinie spielen also wenn wir das Ganze ein bisschen mehr hier ansetzen und wir sind da und wir kriegen den Ball nach hinter hin und wir sind hier weg gecurlt und wir haben hier Platz gemacht und hier ist noch jemand am Start dann kann man natürlich auch gleich den Ball hier rüber passen ja so und man wäre dann automatisch gleich wieder im gewissen Spacing drin damit würde ich sagen man würde dann hier besetzen hier 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 und in der Mitte und schon würde man wieder das ganze füllen können indem ich dann in die Corner gehe indem ich hier hingehe und indem ich dann wieder hier hingehe also von daher kann man das ganz locker verschieben und was wir da auch benutzen würden ist ein sogenannter Pressure Release Screen das wäre eine weitere Möglichkeit also ich bin als Lead Guard durchgecurlt auf der Weak Side ich habe den Ball nicht bekommen wir haben hier aufgefüllt und jetzt würden wir damit arbeiten dass wir hier den Ball blocken um den Druck am Ball raus zu nehmen ja und würden dann den Ball dementsprechend auch bringen und dann in die Offense einsteigen ja also das sind alles Möglichkeiten könnte zum Beispiel dann hier noch einen zweiten setzen und so weiter und so fort ja wie wir in unsere Offense kommen und was wir für Pressure Release Optionen haben wenn wir den Ball einwerfen gut dann das Ganze im Rückfeld sprich Lead Guard würde einwerfen wir würden hier die Leute vorne haben wir würden den anderen Lead Guard auf der Weak Set haben wir würden die 5 nutzen und man würde dann den Ball einwerfen und dann kann man mit verschiedenen Optionen arbeiten ich und von dir den Ball bekommen dann kann ich dich anspielen oder du kannst weil du den Ball nicht gekriegt hast hier zum Beispiel von mir den Ball direkt wiederholen also es gibt sehr viele Möglichkeiten dann im Rückfeld das Ganze aufzulösen man kann auch ein einfaches Element nutzen das ist dann ähnlich wie die Away Action wo man dann einfach diesen Screen curlt und 5 kommt zurück und man kommt dann zurück zum Ball ja also ihr seht es gibt sehr viele Möglichkeiten hier dann den Ball im Rückfeld einzuwerfen gegen Druck ich bin halt nicht so ein Fan davon international dass man sich da einfach als Guard aufpostet und dann den Ball fordert sondern ich arbeite sehr gerne mit einem gegen Lock gut dann würde ich auch jetzt an der Stelle kurz raus gehen wollen beziehungsweise gehen wir ruhig mal in die Übersicht rein genau Pressure Release Screen haben wir angesprochen Spacing Ausstellung Pressure Release Curl da sind wir im Prinzip komplett durchgegangen kurz haben das angerissen und hätten ja einfach mal ein paar Optionen durchgesprochen wo man in diesem Five Out Alignment also in dieser Five Out Idee auch Full Court Pressure Release Optionen hat die man nutzen kann um dann gegen den Druck auch Lösungen zu finden So Fragen von euch bitte in den Chat keine Fragen okay gut ich hoffe ihr habt keine Fragen weil es keine Fragen gibt weil es einfach so logisch dargestellt ist und auch klar dargestellt ist dass ihr sagt okay es ist alles verständlich ich kann das alles komplett nachvollziehen sollten Fragen aufkommen dann bitte auch wirklich stellen ich möchte ein bisschen auch mehr dann in diese Diskussion ist es ja nicht sondern in den Dialog kommen mit den Leuten die in der in der Klinik sind von daher sehr gerne Fragen in den Chat bevor wir in die Pause gehen würde ich tatsächlich nochmal über die Entry Option sprechen wollen und da gab es auch im Nachgang einige Punkte aus dem ersten Teil wo ich darauf angesprochen wurde das hatten wir auch in der Klinik schon kurz ja angetatscht in welcher Reihenfolge sollte man das Ganze aufbauen und vor allen Dingen ja welche Elemente sind jetzt tatsächlich die die man als erstes rausarbeitet wenn man diese Offense spielen möchte und wie gesagt das haben wir ein bisschen rausgearbeitet aber ich will es nochmal wirklich mit aller Klarheit rausstellen im Prinzip und das wäre jetzt nochmal das was wir vor der Pause machen Falsche Reihenfolge Entschuldigt bitte müssen wir das nachsehen so wenigstens funktioniert heute das Internet das ja toi 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 gut gehen wir mal rein eins gegen eins Liedgaard ist glaube ich logisch reden wir gleich drüber als erstes Passeinstieg zu Position 5 für Seitenwechsel einleiten um klassisch in die Five-Out Offense zu kommen mit dem Five-Out Spacing und der Position 5 oben mit dem Ball ist auch klar Optionen auf der Ball Seite es gibt super viele Optionen auf der Ball Seite welche sind die beiden wichtigsten da reden wir über den Ball Side Corner Flash und das Ball Dribble Hand Off und da muss man schon nochmal die sogenannte Get Action oder Away Action rausstellen die ja auch ein bisschen was miteinander zu tun haben und ja dann auch nochmal diese Drag Option wir haben sehr viele Drag Optionen in dem ersten Teil angetatscht und besprochen möchte ich auch nochmal ein paar Sachen raus pointen warum ich glaube dass das hilft und ich habe das letztes Mal nur angerissen vielleicht kommen wir hier ein bisschen mehr in die Sache rein so diese Bilder sind auch vom letzten Mal schon es ist generell dass wir erstmal das Ganze in dieser Phase wo wir ankommen unterteilen wir haben die weak side area für die weak side corner wir haben die low ball side area für die ball side corner wir haben die trailer area für den trail guard und wir haben die trail lane area für die 5 die zum Beispiel eingeworfen hat oder als rebounder unterwegs ist oder über weak side elbow in diese area reinflaschen kann wenn wir alles super einfach nachhalten wir haben die high ball side area mit dem lead guard und wir haben natürlich dann die die position diese diesen bereich in der frei wurflinie das habe ich einfach dribble drive decision area genannt also immer wenn wir da reinkommen dann kommen wir eigentlich immer in eine entscheidungssituation gut ich habe mir mal Rohlinge gebaut wenn wir über diese entries sprechen in denen dann immer halt auch das Ganze schon ein bisschen immer wieder verdeutlicht wird und auch dem entsprechend auch dargestellt wird wenn wir jetzt über dieses eins gegen eins vom lead guard sprechen dann ist natürlich nach wie vor das für uns das entscheidende und ich hatte jetzt letztes mal versucht auch schon rauszustellen warum das einfach so unfassbar schwierig zu verteidigen ist weil wir bekommen halt darüber wirklich sofort die Offense in eine Position wo es extrem komplex wird wenn wir eine Hilfe hier geben ich mal die mal vor den Charge Circle erstens diese Hilfe muss dementsprechend auch dann in der Position sein oder wenn ich sie jetzt klassisch einmalen würde ist der Weg dementsprechend auch lang um den Ball tatsächlich zu contesten und wir kommen natürlich dann sehr früh in Situationen wo wir hier Überzahl schaffen also sprich ein Verteidiger für zwei also das ist etwas was wir gleich kreieren und dementsprechend auch ist dann die Frage wir hatten das letztes Mal auch schon andiskutiert möchte ich zum Beispiel dass jetzt die Spielerin hier nachkattet oder möchte ich dass wir den Spot hier außen halten ja das ist eine grundlegende Philosophie Frage und dann würde natürlich daraus dann auch eine andere Übersituation werden nämlich ein zwei gegen drei so und deswegen ist das über Pass Extra Pass Spiel über Cut Option ein unfassbar wichtiges Tool dass wir in dieser Phase wo wir in dieser sogenannten Breakdown Line sind oder wo wir das Tempo wechseln diese Linie die hier auch eingezeichnet ist hier ja dass wir da das Hercitation machen den Tempo wechsel machen um wirklich uns unser Matchup zu stellen und wir haben jetzt über diesen Cut oder diesen Follow Cut von der 5 gesprochen das kann natürlich auch ganz anders aufgelöst werden indem ich zum Beispiel dann hier reinkatte mit dem 45 Cut weil wir dann darüber die Corner öffnen und dann natürlich auch den Spot hier oben öffnen ja und ups das geht nicht so gut machen wir was anders jo jo und das ist etwas was man auch tun kann in dieser Situation wenn der Lead Guard da in diesem Bereich Bereich einringt diese Lane nimmt diese 1 gegen 1 Lane und da gleich für Probleme sorgt und ich kann das nicht oft genug sagen ich glaube dass es sehr schwer zu stoppen ist in so einer Medium Transition Phase wo eigentlich alle in diesen Relax Modus verfallen und das ist das erste Element was wir natürlich teachen zweite Element was wir teachen ist dass wir direkt über das Nachlaufen den Ball bewegen wollen zur Position 5 und darüber dann dementsprechend auch gleich Seitenwechsel auslösen und dann ist immer die Frage in dem Moment wo wir den Ball auch hier in dieser Area haben ist es so dass wir den Fokus auf der Ball Seite haben haben wie bei der letzten Klinik angesprochen oder wir gehen wirklich in dieses Seiten Wechsel Momentum ja dieses Side to Side Momentum und wir sind eher auf der anderen Seite unterwegs und das wäre für mich auch die zweite Option die da reingeteacht wird wenn wir das aufbauen ja also Pass Einstieg zu 5 gut machen wir weiter gehen wir gehen wir einen Schritt weiter mit dem Einstieg wo wir zur 5 passen ist dann natürlich die Frage okay gehen wir über einen Clear Out Cut und kommen dann in unsere sogenannte Get Action wo wir sagen wir haben eine Double Gap Ja das wäre die Frage die wir uns dann da stellen also wollen wir diesen Trail Guard durchschicken oder der Trail Guard sieht das vielleicht und biegt ab das ist dann auch eine verbale Kommunikation oder ein Blickkontakt zwischen den beiden und das wäre für uns der erste Part wenn wir über sogenannte Gets reden also wir würden sozusagen passen und dem Ball hinterher laufen das ist die sogenannte Get Action so ist der Fachbegriff oder so würden wir das im Prinzip nennen ja und das kann natürlich auch sein dass wir das gar nicht wollen sondern wir passen dem Ball und wir laufen hinterher und haben Get Action aber wir wollen gar nicht ein Clear Out sondern wir wollen die Spielerin hier an der Seite haben sondern wir wollen dadurch über diese Situation einfach nur einen Positionswechsel herstellen das würde am Ende bedeuten dass der Lead Guard hier mit dem Ball ist 5 4 Corner Corner Trail Guard ja und was das alles für Vorteile mit sich bringt da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen und darüber sprechen das wären erstmal so die grundlegenden Sachen wenn wir nach Get zu Away kommen würden dann ist das R schon etwas was spezieller ist und bevor wir in diese Away Geschichten reingehen da würden wir dann tatsächlich Bore Side Dribble Hand Off als erstes reinnehmen wollen da können wir ruhig wieder in das Bild hier reingehen jo indem wir sagen okay wir wollen mit der Ball Seite Dribble Hand Off haben und da hatten wir über so viele Möglichkeiten gesprochen wie wir das Ganze dann auflösen können aber das wäre dann die nächste Ebene dass man sagt okay es ist kein 1 gegen 1 es ist kein Pass zu 5 und damit verbunden natürlich auch Get Optionen sondern wir sind dann da dass wir auf der Seite erst mal den Druck loswerden wollen oder wir wollen auch bestimmte Leute an dem Ball bekommen die in der Borse Corner sind und da eignet sich ja das Borse Dribble Hand Off und in nächster Instanz wäre das dann der Corner Flash also indem man sagt okay wir sind hier wir kommen hoch wir passen die Kugel in dem Bereich muss mal gucken wie es jetzt farblich abheben kann ja und da hatten wir auch schon darüber gesprochen was bringt das dann alles für Möglichkeiten mit sich am Ende des Tages geht es immer um dieselbe Idee nämlich dass wir den Druck ausweichen und das würde bedeuten dass der Ball dann hier in dieser Area ich versuche das mal zu markieren über Dribble Handoff oder Corner Flash angekommen ist und dass wir nachdem wir den Ball dort über das Handoff oder über den Pass gegeben haben unsere Position hier wieder finden würden und während das Ganze passiert würde 5 natürlich nicht oben stehen bleiben sondern würde erst mal die Position ansteuern um im Anschluss wieder neu Anlauf nehmen zu können um dann den Ball auch hier wieder in Empfang nehmen zu können damit wir wieder einsteigen und genau diese Entries sind extrem wichtig um zum Beispiel gegen Druck am Ball der Fullcourt natürlich kommen wird zu agieren und das wäre für mich auch erst mal die Standard Reihenfolge die man angehen muss in dieser Situation gut als nächstes wie schon vorhin angesprochen würde dann Away kommen Away war der Single Screen von der 5 auf den Trail Guard und bei der Away Action wäre mir eine Sache extrem wichtig die wir rausstellen müssen warum wollen wir eigentlich diese Away Geschichte unbedingt haben und der Grund warum das so ist relativ einfach dass in dem Moment wo ich den Trail Guard raushole über die 5 ja und ich bin als Lead Guard hier mit der Kugel kommen wir in drei verschiedene grundlegende Sachen das eine ist dass es sein kann dass der Screen rejected wird und ich als Position 5 dann zurückkommen würde was über das Reject dazu führt dass wir sofort eine Get Action hätten mit einer Double Gap ja oder wenn ich es halt nicht reject das wäre jetzt die Reject Variante sondern ich würde den Screen Curlen dann würde das ja genauso dazu führen dass wir eine sogenannte ja Cleared Get Double Gap Get Action kreieren würden deswegen ist Away ein super Element um diese Get Action vorzubereiten oder auch eine Double Gap für die Get Action zu kreieren das ist ein wichtiger Punkt der andere wichtige Punkt warum Away so wichtig ist ist dass wir dann auch in eine Situation reinkommen nehmen wir mal an wir haben diesen Trail Guard oben angepasst 5 ist hier 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 ich bin Lead Guard der Ball ging dahin dass wir ja dann wieder das Spacing haben wo wir 5 auf dem Elbow haben und den Ball dort das war auch ein Punkt in der ersten Klinik den wir total rausgearbeitet haben wo wir nachher auch nochmal kurz drauf eingehen dass das für uns einfach ein unfassbar gutes Spacing ist und eine sehr 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 gute Situation mit sich bringt und wenn ihr euch daran erinnert was wir alles daraus machen können dann ist der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und da waren wir ja auch wieder dreidimensional unterwegs also in drei Richtungen und von daher ist das für uns eine super Aktion also über Away früh diesen Ball da rein zu kriegen und dann kommt für mich der dritte Grund dass wenn wir als Leadguard hier sind und der Screen kommt und der Trailer kommt dass wir dann die Situation die am Ball ist also die hier ist dass wir die sozusagen Boostern und das hatten wir letztes Mal angesprochen auch schon dass wir dann direkt in den On-Ball gehen könnten dass wir den natürlich auch ghosten könnten also slippen dass wir mit Pass und Pitch reingehen können und dann wieder hier in den nächsten On-Ball kommen können egal ob der als Corner Angle gestellt wird oder als Step Up Screen ja und wir würden praktisch über diese Elemente hier ja wie Flip also Pass und hinterherlaufen Pitch Flip wie man das auch mal nennen will oder über den On-Ball oder über den Ghost die Situation am Ball boostern um das was wir dann eigentlich haben wollen nämlich das im Anschluss als zweite Option boostern deswegen ist diese Away Action für uns in dieser Beivortragsphase nach dem 1 gegen 1 vom Liedgaard nach dem Pass zur 5 nach dem Ballside Corner oder Ballside Dribble Handoff und dem Corner Flash eine ganz wichtige Aktion um in Sachen offensive Elemente einzusteigen weil es uns einfach so viele gute Möglichkeiten eröffnet und das wäre für mich etwas was definitiv in diese Hierarchie reingehört wenn wir das Ganze aufbauen und warum man nicht gleich in den Weakside Taggart einsteigt sondern warum würde man Away nehmen ich weiß ich erinnere mich nicht mehr ob ich es schon gedroppt hatte wenn wir in der Phase sind wo wir nach vorne laufen dann ist manchmal dieser Cut und raus einfacher anstatt noch einen extra Schritt zu machen und auf die Ebene zu gehen das ist schon dann difficult weil einfach der Weg dann doch ein bisschen länger ist deswegen präferieren wir bei der Nazio oder auch ich persönlich Away Action in der frühen Einstiegsphase und Staggered Screen nach Seiten wechseln das muss man hier nochmal so ganz klar raus arbeiten raus stellen was ich noch zusätzlich erwähnen möchte um auch auf diese Pressure Release Geschichten nochmal einzugehen auf den Corner Flash oder das Ballside Dribble Hand Off nehmen wir mal an wir machen Ballside Dribble Hand Off dann kann das ja für mich auch heißen dass ich trotzdem nach dem Ballside Dribble Hand Off in Away gehen kann also es kann auch eine Kombination sein das heißt es ist dann kein Flash von der Position 5 zurück in die Area sondern wir gehen automatisch dann in Away so und wie würde das Ganze kommuniziert werden ich hatte das letztes Mal angedeutet wir würden die Leute ran winken oder weg schieben ja und würden auch Away rufen ja oder wir würden auch Hand Off rufen oder wir würden auch Flash rufen und so die Leute auch dann zu diesen Aktionen auffordern indem wir verbalisiert auch das aussprechen was wir wollen das hatte ich letztes Mal schon versucht zu droppen muss man ganz klar sagen sind hier auch Optionen und Möglichkeiten aber so wäre erstmal der hierarchische Aufbau von dem was wir machen würden und zu guter Letzt würde man tatsächlich in die Dribble Hand-Off Geschichten gehen Entschuldigung die habe ich Dribble Hand-Off gesagt ich meine natürlich die Drag-Screen Situation Dribble Hand-Off ist es in dem Fall nicht das ist was anderes und da hatte ich ja wie gesagt sehr viele Beispiele genannt schon aber was ich wirklich wirklich nochmal rausstellen möchte ist die Tatsache dass wenn wir früh hier reingehen würden wir auch wieder erstmal einen Positionswechsel herstellen erstens also wir hätten den Lead-Guard wieder in der Position mit den beiden Leuten dementsprechend dann auch hier und wir haben einfach und das darf man einfach nicht unterschätzen ich habe das letzte Mal schon gesagt mit dem Hookscreen die Möglichkeit einfach ganz anders diese Attacken zu setzen oder auch mit der sogenannten Twice Action ich will es einfach nochmal rausstellen nochmal zu arbeiten und ich glaube dass das etwas auch ist was wenn wir kreative tanzende Gards haben möchten dass das auch mit ins Repertoire muss wo wir dann einfach einen Screen setzen und wir bekommen nichts weil hier nummervoll ist dass man dann auch gewohnt ist dass es dann sowas gibt und dann es eine Twice Situation gibt oder wenn dementsprechend bei einem lateralen Screen under gegangen wird dass wir den dann nutzen ich hatte das schon raus gepointet ich möchte es nochmal raus pointen und das gibt uns dann auch wieder eine super gute Situation weil wir dann hier in den Popout kommen oder vielleicht auch wieder unsere Autobahn nutzen können an der Stelle ja also diese Screen Rescreen Twice Situation mit dem Drag Screen als Pressure Release Element in der Einstiegsphase wäre für mich dann der letzte Schritt wenn wir über Einführung von Entries sprechen und wie wir das Ganze gestalten wollen und die Specials die ich letztes Mal ja rausgestellt hatte das sind tatsächlich Sachen für ja höheres Level oder die Frage ist ob man das dann überhaupt so haben möchte und auch braucht ja genau ah ich sehe was im Chat Wahnsinn würdest du konzessionell vorgeben ist die Fünf von Skills des Spielers sogar beides ja definitiv beides also die Frage die im Chat steht während der Lead Guard die 1-1 Situation nimmt will man konzeptionell die fünf nachkarten lassen oder ist das eher eine Frage der Ability des Athleten oder der Athletin oder es ist defensiv abhängig ich würde sagen wenn ich jemand bin der eher werfen kann von der Dreilinie dann eignet es sich eher draußen zu bleiben um das Feld noch mehr auseinander zu ziehen um es noch komplizierter zu machen ich glaube es ist einfacher wenn ich euch nochmal abhole weil es doch eine wichtige Frage ist eine sehr gute Frage wo haben wir einen freien Slot hier okay die Frage ist dann wenn wir sagen okay ich bin Shooter ich will diesen Spot halten auf dieses Penetration weil ich bin Shooter okay und dann würde ich mir die Frage stellen wer ist denn hier sind wir beide auch Shooter okay dann bleiben wir alle draußen auch gut dann ballern wir denen die Hütte zu und dann sind wir irgendwie so ein bisschen bei Dallas Mavericks Style zum Teil oder Utah Jazz oder ist vielleicht einer der beiden Menschen hier in der Position dass er cuttet und natürlich ist dann ist dann die Frage bin ich Cutter oder bin ich Shooter und wie kann ich jetzt meinen individuellen Skill hier einbringen und würde ich dann diesen 45 Cut nehmen oder würde ich eher die Position halten wollen weil ich halt Shooter bin und das Ganze kann natürlich auch weiter gesponnen werden ich hatte jetzt natürlich nur den Follow Cut oder den 45 Cut raus gepointet es kann natürlich auch in die Situation reingehen dass ich sage okay ich bin Shooter ich bin auch Shooter bist du Cutter und dann kann natürlich auch dieser Cut von der Position erfolgen und ich würde in dem Fall tatsächlich dann das Feld zwischen den beiden Leuten und was kurzes zu schaffen hier das ist dann die andere Möglichkeit also es geht erstmal um die Abilities von der Defense abhängig ja kann man machen sobald wir in der Situation kommen wo wir hier in dem 2 gegen 1 sind ist natürlich der Cut unfassbar brutal das muss uns bewusst sein wenn wir jetzt aber über die 5 reden wäre für mich die Frage okay wie ich mache es jetzt mal gematcht wie ist mein Ding also will ich den Ball mit verteidigen oder gehe ich eher in eine Position wo ich beide mit verteidigen will und dann öffnet sich natürlich auch für mich die Option und das würde mir dann die Möglichkeit geben eher nachzubleiben oder also ihr wisst was ich meine dann da rein zu gehen ja also das würde ich schon auch kombinieren zu der Aussage okay wie machen wir es denn jetzt eigentlich so okay konnte ich die frage beantworten von raswan raswan bist du da gib mir doch mal einen daumen oder schreib kurz in den chat okay perfekt gut dann würde ich jetzt eine kurze pause ansetzen es ist jetzt 20 43 da wir heute nur eine pause machen würde ich gerne 55 weitermachen damit wir auch durchkommen also zehn minuten und ich würde euch bitten dann auch wieder pünktlich drin zu sein sollten euch noch fragen einfallen während der pause bitte auch in den chat schreiben bis gleich geht es weiter und auch jetzt in die zweite phase gehen wo wir ein bisschen taktischer werden und nicht so allgemein würde ich jetzt nochmal fragen gibt es jetzt bis hierhin für euch interessante punkte wo ihr sagt da brauche ich nochmal jetzt eine info zu jetzt konkret oder die könnt ihr auch gerne hinten dranhängen wenn ihr das Gefühl habt das ist jetzt nicht passend aber ruhig reinschreiben ich möchte mich auch nochmal entschuldigen ich hatte hier eine frage übersehen vorhin mit dem mit dem press break und hatte da gerade nochmal drauf im chat geantwortet dann habe ich reingestellt in den chat das dokument von der ersten klinik an cut das sind die live notes die könnt ihr euch hier runterladen ich werde die auch morgen wie gesagt an die geschäftsstelle weitergeben dass das ganze als download link bei we transfer zur verfügung steht weil die datei doch ein bisschen größer ist aufgrund der bilder und zeichnungen gut keine fragen im chat dann legen wir los teil 2 mit teil 2 würde ich sagen oder wie auch immer gut kommen wir hier rein alles sachen die wir schon eben angesprochen hatten aber wo wir jetzt ein bisschen tiefer rein wollen auch nochmal warum genau fangen wir an mit dem weak side staggered screen also ich bleibe dabei für mich gehört zur 5 out offense ganz klar weak side staggered screen und wenn man den nochmal ein bisschen verdeutlicht diese ganze situation also wenn wir über den ball transfer kommen also der Ball war dann bei 5 und wir entscheiden uns dann entweder für einen exchange also cut and fill oder einen corner angle screen um den ball dann auch in diesen Bereich hier zu bekommen was für uns der ideal Bereich ist dann würden wir in diesen weak side staggered screen eintauchen können und das spannende dabei wo ich ein bisschen mehr drauf eingehen möchte ist die individuellen Fähigkeiten ich hatte das letztes Mal schon versucht deutlich zu machen aber ich möchte es noch deutlicher machen als ich es letztes Mal schon getan habe für mich ist immer die Frage wer bin ich und wer bist du und ich glaube zum Beispiel dass gerade auch wenn man über Zusammenspiel spricht oder auch darüber dass sich die Athleten eher auf dem Feld kennenlernen sollen sollen und stärken und schwächen klar sein sollen in einem Team dass das eine wesentliche Rolle spielt und wir sind dann schon immer was ist meine Shooting Ability was ist meine Ability wo ich in der Zone finishen kann meine Athletik von wem werde ich verteidigt x1234 wer screen für mich und ich möchte das wirklich auch nochmal betonen dass zum Beispiel wenn man sagt okay ich bin jemand der eher als Werfer hier unterwegs ist und ich bin jemand eher der als Cutter unterwegs ist das ist die Option die man hat wenn man den Screen dann am Ende nicht nutzt also rejected oder curled ihr seht es ist immer dieselbe Familie genau wie bei Away ist es Reject oder Curled nur mit dem feinen Unterschied dass in erster Instanz wir bei einem Weekside Staggered schon immer auf dieselbe Seite zurückkommen wollen würden dass natürlich hier immer das Feld nach außen öffnet und ich würde mir wünschen wenn wir diesen Weekside Staggered Screen einfach auch sehen dass wir da ein bisschen mehr gucken wer nutzt jetzt welche Chance also wer nutzt welche Chance und eröffnet auch der Offense darüber gewisse Möglichkeiten für Anspiele in diesem Bereich oder in diesem Bereich und wir haben jetzt darüber gesprochen auch das ist ja praktisch der zweite Screen der hier stattfindet ist wie ein Away Screen zu betrachten und wir setzen praktisch diesen ersten Screen auch wieder nur als Booster mehr oder weniger davor und ja die Optionen bleiben am Ende des Tages die gleichen wenn man das jetzt positionell weiter betrachten möchte Nächste Beispiel wir hätten jemanden auf der Position 5 mit einer gewissen Shooting Ability und wir kommen dann in sowas rein dass wir sagen wir wollen diesen zweiten Screen halt Curlen damit weil ich vielleicht der sogenannte Cutter bin oder Finisher inside the lane mit meinen individuellen Fähigkeiten oder gerade was mein Matchup betrifft dann kann ich natürlich diesen Curl oben lang laufen aber ich kann zum Beispiel auch das hatten wir beim letzten Mal nicht so klar rausgestellt auch hier den Screen Rejecten was auch dafür öffnen würde dass der Pass nach oben frei ist und auch hier sind wir dann natürlich wieder in der Option Get Action rein zu holen also ihr seht das baut alles aufeinander auf away get alles hängt miteinander zusammen und der Weekside Staggart verstärkt das Ganze im Prinzip nur und natürlich kann ich mir sagen wie sind meine Fähigkeiten bin ich vielleicht eine Athletin die sehr gut im Pick and Roll ist ja ich mache jetzt mal Ball Pick Use ja und ich will diesen Staggart haben damit ich halt in dieser Situation hier unbedingt in meinen Restream komme ja weil das nun mal auch eine gute Situation für uns ist wo wir sagen ey wir wollen ein Mid Ball Pick wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden mit Position 5 wir wollen wir wollen das haben ja oder bin ich dann doch in der Ecke als Shooter unterwegs und ich komme nicht nur raus um den Wurf zu treffen oder dann auch diese Blöcke mehr oder weniger zu lesen und da auch nochmal also wir müssen uns bewusst sein darüber dass wenn der erste Screen gecuttet wird dass natürlich dann auch das Screen oben angepasst werden wird und darüber ist dann auch letztendlich so entsteht dass wir hier dementsprechend auch Chancen haben für diesen Werfer oder diese Werferin Short Flares zu laufen ja also wenn die Defense jetzt hier weiter innenlang läuft dann kann ich natürlich dann auch in dieses Areal abbiegen ja indem der Screen dann angepasst wird das sind alles Möglichkeiten aber was ich nochmal auch dabei raus pointen möchte ist auch die Option zu sagen okay ich bin Werfer und ich mache ein Beispiel was für uns international zum Beispiel eine riesen Rolle spielt und ich komme jetzt über diesen Blog und ich stelle tatsächlich auch diesen Onball Screen für dich und gehe in ein Pick and Pop wo die Verteidigung sich erstmal überlegen muss okay wie wird jetzt mein Wurf überhaupt weggenommen was dir als Blog Nutzerin in dem Fall dann auch wieder die nächste Aktion öffnet also auch wieder wie schon vorhin angesprochen Boost der Situation für Onball aber auch öffnendes Pop Out und ich glaube dass diese Sachen eine große Rolle spielen oder wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenken würde okay ich bin Cutter oder ich habe athletisch physischen Vorteil und ich will in diese Option reingehen weil Ball Pack Use ist hier mit individuellen Fähigkeiten da kommen wir natürlich vielleicht auch in sowas rein wo wir dann wegrollen und wieder liften weil ja wir dann in Pop Out und dann haben wir mehrere Möglichkeiten diesen Vorteil den wir hier gerade generiert haben weil zum Beispiel geswitcht wurde dass wir den klar spielen und wirklich schauen wo sind unsere Vorteile wer hat welche Ability und dafür ein Gefühl entwickeln ich dann auch wieder zurück zu diesen übergeordneten Punkten spiel dein Matchup spiel auf den Korb spiel den Weg also und diese übergeordneten Punkte finden sich in diesem Weakside Staggart Screen so wieder wie eigentlich in wenigen offensiven Elementen und für mich ist das ganz klar etwas was dieser Five Out Offense dazugehört und warum es auch so ein tolles Element ist ich weiß man spürt meine Leidenschaft dafür wenn ich darüber rede ist auch weil es einfach nicht berechenbar ist also es ist nicht berechenbar in dem Moment wo ich mach's mal richtig deutlich ich habe den Ball hier bekommen weil ich aus der Situation raus kam ich fülle die Corner so ich habe den Ball dahin gepasst so und in dem Moment wo der Ball dahin gepasst wurde und ich stand hier ich habe hier vor den Ball gepasst sind wir hier auf dem Weg und mein Weg ist ja auch hier hin das heißt jetzt diese Möglichkeiten den Weg zu spielen das ist ja hoch dramatisch für die Verteidigung also weil wir einfach jedes Mal auch weg slippen können in die Zone rein und wenn wir es jetzt mal vom ersten Screener machen einfach diesen Weg auch tatsächlich spielen und dann daraus vielleicht ein Single Screen wird also diese Anlauf Phase ist extrem wichtig und ich bleibe dabei dass diese Gap hier einfach super viel gibt also deswegen personell gesehen den Weak Side Staggered Screen einfach nochmal wirklich mit anderen Augen betrachten auf die Skills auf die Fertigkeiten der Athletinnen und Athleten da den Schwerpunkt drauf setzen und dann auch das Element so auch laufen lassen die Athleten machen lassen in diesem Element und ich glaube dass die Sachen die dabei rauskommen wenn man die dahin führt unfassbar schwer zu stoppen sind weil es halt unpredictable ist und dann nicht in eine Scouting Struktur kommt wo man sagt okay da wird Struktur gescoutet sondern es wird Skill gescoutet und dann kam auch im Nachgang nochmal Punkte auf wo dann gesagt wurde okay was passiert denn wenn jetzt die Defense folgende Sachen macht und mit solchen Geschichten kommt okay wir wollen ja so Top Lock Sachen machen wie gehen wir damit um und es gibt natürlich viele Wege damit umzugehen indem ich entweder dann natürlich den Screen rejekte und ist es dein Part rauszukommen oder ich rejekte den Screen eben nicht und ich laufe einen sogenannten Inside Curl um dann den Ball doch in der Situation zu bekommen oder mit dir in ein Spiel zu gehen wo du ja den Ball hast also das sind ja mehrere Dinge die da auch sich anbieten was das Ganze betrifft also es gibt viel viel Möglichkeiten und es ist wirklich ein extremer Akt für die Verteidigung das gut zu stoppen wenn man die entsprechenden Lösungen hat und die auch nicht immer sofort erkennbar sind das muss man hier schon nochmal ganz klar sagen Nächster Element was ich gerne rausstellen möchte in dieser Five Out Geschichte ist nach wie vor der Punkt wo wir den Ball auf dem Elbow haben natürlich um dann in einen Pick and Roll zu kommen aber auch in erster Linie um diesen Screen zu setzen oder um den Weg nach draußen zu finden und ich hatte das letztes Mal auch dargestellt und auch hier gilt es wieder um Winkel und wie kann man Vorteile generieren diese Person zum Beispiel hier bei dem Screen hier unten allein die Tatsache dass die Möglichkeit besteht hier diesen Screen zu Curlen oder daraus dann auch wieder einen Onboard Screen zu stellen das ist schlecht gemalt Stefan oder auch hier was wieder ein Onboard zu stellen ist oder zu Slippen zu Ghosten ist ein Riesenthema weil es kommt ja letztendlich auch wieder auf diese Fähigkeiten von mir an bin ich eins gegen eins stark ja will ich dieses Matchup vielleicht weil der Screen hier geswitcht werden wird haben um mein eins gegen eins zu boostern ja vielleicht haben wir hier X3 in der Defense und ich möchte gegen X3 gehen ja also das sind alles Sachen die unfassbar wichtig sind in diesem Setting wo man auch wieder ja die Individualität nicht aus den Augen verlieren darf ja oder auch die Möglichkeit dann direkt in der Zone eine Position zu bekommen oder auch hier dann das Ganze aufzulösen indem dem ich dann hier raus poppe ja und wir dann in neue Elemente einsteigen können wie ein Baseline Handoff würde das hier mal kurz andeuten Baseline Handoff wäre das in dem Fall und das natürlich enorm viel Optionen bietet und auch die Tatsache dann hier raus zu poppen super individuell zu betrachten ist also wenn der Ball dann tatsächlich in diese Area ist ja und dann auch wieder zu wissen okay wer sind wir wer bist du wer bin ich was machen wir jetzt daraus ja und dann ist natürlich der erste Check den wir natürlich treffen was sind deine und meine Skills oder was sind deine Skills ja also das sind so die Scans die man dann erfahren kann ich kann natürlich hier kommen und will dann für dich screenen weil du dann da kommst und ich komme wieder raus oder ich will für dich screenen weil du um mich curlst damit ich zurückkommen kann weil ich bin Shooter ja also das sind wichtige Tools die wir verstehen müssen dass diese Position 1 bis 4 Screens über Curls oder Rejects dann immer auch die Person wieder nach draußen bringen die wir dann auch draußen haben wollen ja und deswegen wie gesagt dieses Midball Five Elbow Alignment diese Grundsituation ist unfassbar wichtig für uns das muss man schon ganz klar sagen ich mache es nochmal deutlich hier das ist verdammt gut für unser Spiel das ist gut für unser Spiel kommen wir zu einem weiteren Ding was man raus pointen muss nehmen wir ruhig mal die Ansteuerung von eben also ich habe hier mich entschieden den Screen zu Curlen und poppe raus und ich kriege die Kugel es gibt ein BASE ein Händ auf es gibt ein Rescreen und wir füllen ja und wir füllen dann würden wir in das nächste kommen nämlich in einen Sidebar Screen mit der 5 und auch das hat seinen eigenen Charme was auch ein bisschen mehr raus gestellt werden muss weil letztendlich wir ein Reject Fenster haben wo X5 in erster Linie oben sein wird und wir dann hier wieder in so eine Situation kommen wie wir das am Anfang schon hatten hier würde ich tatsächlich 5 immer dementsprechend auch poppen oder nachkarten lassen genau das sind ja die Fragen die wir da oben auch hatten das ist praktisch das gleiche und was ich eigentlich sagen wollte ist es ist ja dieselbe Idee also hier ist es ja auch wieder skill based wer bin ich wer bist du und wenn wir dann in die Nash area reinkommen mit frühen cut oder späten cut optionen dann gibt uns das unfassbar viel für unser Spiel und deswegen muss man Werbung für diesen sideball pick machen und man muss die Werbung auch so machen dass man das Spiel auch inverten muss also umdrehen muss wenn man jetzt die Chance hat hier mit jemandem Halfroll zu spielen gegen einen Flat Coverage zum Beispiel oder gegen einen Hedge und dann auch wieder die Möglichkeit zu bekommen zu verstehen dass man über dieses Gate über die Grundlinie reinkommt mit gestretchten Personal ist das auch wieder Gold wert also immer wenn wir ich hatte es angedeutet über diese Areas reinkommen und wir haben dann dementsprechend Leute draußen ist das einfach von der Ability wie wir das Ganze ausspielen und attackieren und final zu Ende bringen unfassbar schwierig zu verteidigen für die Defense es ist wirklich unfassbar schwer zu verteidigen wie schon angesprochen und es ist da auch wieder Raum für die Individualität der Athleten und natürlich kann man auch aus diesem Sideboard Pick andere Sachen machen wenn wir hier die Situation haben dass wir geswitcht werden und ich möchte dem Ball erstmal nach oben passen für den ersten High-Low-Check und wenn wir den nicht bekommen dann möchte ich vielleicht auch nicht dem Ball weiter passen sondern ich möchte dann vielleicht den Ball zurück kriegen und möchte dann das ganze Missmatch weiter auf der Seite suchen um den Ball wieder rein zu bekommen dann gibt das uns nochmal einen anderen Look auch wieder mit dem Personal dahinter wo man sagt okay hier ist der Vorteil innen wir haben hier den Ball wir haben hier unsere Leute und ihr seht schon wieder was das Ganze mit sich bringt wird vor rotiert ja nein haben wir dadurch Lücken ja die wir und Räume die wir wieder attackieren können ja und es ist unfassbar schwer für die Defense in diesen Situationen dann zu agieren eine weitere Sache möchte ich auch noch rausstellen die so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir 19 Weltmeisterschaft 2017 Russland hat das hervorragend gemacht ich glaube da gibt es ein paar legendäre Athletinnen dabei gewesen man kann natürlich daraus auch in sowas gehen dass man den Ball reversalt über Cut in Fill und dann diesen Sideball Screen verstärkt in ein Cross Screen und dann würde natürlich sich das Ganze so auflösen dass wenn ich diesen Screen hier stelle du bist gerollt du nutzt diesen Screen je nach deiner Ability du kannst rausgehen du kannst in die Position halten was immer du willst wir haben den Ball bewegt hier ich habe den Block genutzt ich würde dann halt hier wieder in diese Richtung spacen und ich würde hier ein Clear Out laufen sodass auch dann hier oben für mich das Pop Out frei wird ja und wir dann daraus weiterspielen können das sind alles so Kleinigkeiten die man aus diesem Sideball Pick mit der 5 anpassen kann und deswegen glaube ich dass das eine sehr gute Situation ist die man auch in dieser Five Out Offense als Nebenprodukt bekommen kann und kommen wir zu zu diesen Dingen hier Ball war hier wir sind hier und die Seite ist durch es geht sozusagen um den Seitenwechsel das Seitenwechsel Momentum und die Richtung ist ganz klar nämlich diese und je nachdem ich möchte es mal herausstellen anhand von Pick and Roll Coverages weil man kann jetzt natürlich verschiedene Dinge auflösen und wir haben da ja auch über ganz viele Optionen gesprochen muss man hier auch ein bisschen gucken dass man auch dementsprechend die Verteidigung auch attackieren kann das heißt wenn ich jetzt hier bin und egal was die beiden jetzt hier entscheiden man weiß es nicht ja es ist fest sein oder was auch was auch dementsprechend gefragt ist ich kann jetzt weg cutten und ich kann kommen oder ich screen für dich damit du curlst weil ich bin der bessere Pick and Roll User dann komme ich wieder das ist ja erstmal auch wieder individualisiert zu betrachten also was können wir beide leisten mit dem tollen Momentum dass der Ball on top ist und wir hier gestratchte verteidigung haben was super gut für uns ist weil das natürlich hier auf unserer Seite sehr viel eröffnet und zurück zu dem wo ich hin will nehmen wir an ich gebe dir den Ball weil du bist oben rausgekommen und du gehst zurück in die Corner um das Feld zu machen und ich komme jetzt weil ich dir den Ball stationary gegeben habe also ich habe nicht gedribbelt ich habe dich einfach angepasst in dein Momentum und wir wissen halt bestimmte Dinge die auf uns zukommen zum Beispiel ist dieser pass und dieser anschließende screen etwas gutes und es ist jetzt keine pick and roll clinic weil dafür gibt es eine extra session aber gegen Hedge und gegen Switch einen Block zu stellen Highside pick and roll und dann den Ball zu advanzen ja also sprich ich mal neue Farbe den Ball in diesen Bereich zu geben und dann dementsprechend zu rollen ist gut also man kann auch dementsprechend wenn man diesen Seiten dieses Seiten Wechsel Momentum hat ja sprich hier wir sind jetzt hier in dem Bild hier hier ist das Seiten Wechsel Momentum und wir wissen alles klar es ist nun mal so wie verteidigt wird ja und dann können wir uns das Spacing auch zu einem Gewinn machen ja und das Ganze können wir aber auch indem wir vielleicht wissen dass andere Sachen passieren sprich zum Beispiel wenn wir stationary weiter denken würden wir haben den Ball dahin gespielt und wir wissen die gehen immer an da und wir wollen aber den rescreen wenn wir einen stellen dann als mit pick and roll haben also in einem bestimmten Spacing ja dann ist auch klar dass wir das dann nutzen können wir wissen das zum Beispiel oder wir wissen die Defense verteidigt flach ja und wir wollen halt zum Beispiel dann auch daran arbeiten dass wir eher in den Pop out gehen dann ist das auch eine Möglichkeit wo wir sagen okay dann können wir das Spacing dementsprechend nutzen ja und mit flach meine ich nicht unbedingt rescreen da könnte man über twice rangehen oder man würde dann folgendes machen man würde dann halt nicht stationary passen sondern es kommt ja eine Person oben raus und dann würde man tatsächlich in Dribbelrhythmus gehen und man würde in Dribbel handoff repick gehen um danach die flache verteidigung anzugreifen also je nachdem was wir wissen wie das Coverage ist können wir auch das ganze vorbereiten in unserem 5 Außen Thema und maximales gutes Spacing herstellen um ja die Defense auch in einem guten Spacing zu attackieren ohne dass wir halt das Spacing vorher callen müssen also wir können das praktisch in unserem Scouting Report anpassen oder wenn wir über Adjustments in-game reden und sagen ey wenn wir Seitenwechsel haben und wir gehen ins Pick and Roll schaut mal mehr dass wir mit Dribbel und Repick arbeiten ja damit wir gegen flach besser angreifen können oder wir wollen zum Beispiel Switch attackieren ja also wollen wir vielleicht sogar auch nur den Screen anfaken und weg slippen und dann das Ganze nutzen ja und über Winkel kommen ja also es hat also man kann ja dann auch coachen in dieser in dieser Offense also man kann dann auch versuchen bestimmte Sachen zu also anzugreifen und ich glaube das muss uns ein bisschen mehr bewusst sein was uns das für Möglichkeiten gibt dieses Five-Wort Triangle Ding und ich hatte es ja letztes Mal schon rausgepointet ich weiß ich wiederhole mich aber ich mache es gerne nochmal dribbeln und zu wissen nicht zu wissen kommt die Person auf mich zu oder sie cuttet weg ist ein Riesenthema ja und auch die Möglichkeit im Dribbling abzubiegen im Eins gegen Eins ist ein Riesenthema oder dann auch kurze Pässe zu spielen und dann weiß keiner laufe ich jetzt hinterher oder ich cutte weg ist ein Riesenthema weil wir dann einfache Mischformen antäuschen wie Dribble Handoff oder dann doch im letzten Moment Short Pass und Screen also Dribble Pitch Screen Situationen man kann das nicht oft genug an der Stelle rausstellen das muss man schon ganz klar so formulieren und auch ganz klar so sagen kommen wir nochmal zu Post Up Geschichten in diesem Seiten Wechsel Momentum wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen wer bin ich wer bist du und jeder weiß was jetzt kommt ja natürlich wollen wir eine Außenspielerin in der Situation bringen und natürlich dann auch hier und ja eins will ich auch nochmal rausstellen in diesem zweiten Teil auch nochmal alles mehr personalisiert wenn ich wenn ich hier vielleicht meinen Vorteil habe da macht natürlich ein Cut und Fill Movement viel mehr Sinn um mich dann hier zu finden Logo ist mein Vorteil vielleicht aber hier da macht natürlich ein Corner Angle Screen den ich Curle viel mehr Sinn und ich poppe raus und wir können dann den Vorteil hier suchen also dass man auch wieder in diesem Five Out Triangle wie man das so schön nennt dass das Five Out Triangle Seitenwechsel Momentum von da nach da dass man dass man auch schaut wenn man innen Vorteile generieren möchte dass man dass man auch ein bisschen mehr schaut okay wer bin ich was habe ich für Vorteile wie kann ich die nutzen und wir verstehen uns auch und wir sprechen auch darüber während wir spielen also alles viele Möglichkeiten bestimmte Arten von Verteidigung zu attackieren oder auch personalisiert wieder anzugreifen so keine keine frage im chat okay dann wasser geht es weiter letzter teil jetzt muss ich natürlich wieder die reihenfolge einhalten stefan diszipliniert bleiben bitte kommen wir mal in den letzten teil und zwar ist jetzt für mich so der punkt okay integration von five out situation wir hatten das letztes mal nur ganz 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 kurz angeteasert und ja ich will jetzt hier nochmal ein bisschen konkreter rein weil wie gesagt pistol und so das sind ja alles sachen die gut sind die will man auch vielleicht sehen oder die verbindet man auch mit so einer five out offense und da würde ich jetzt einfach nochmal was am ende raushauen okay also ich fange mal mit der situation hier an wo wir waren und das will ich jetzt mir so ein bisschen raus stellen nämlich dass man ganze bestimmte dinge auch einfach vermischen kann und mit vermischen meine ich wenn wir zum Beispiel sagen wir befinden uns in einer four out one in offense und wir sagen okay wir wollen aber diese Elemente irgendwie miteinander verknüpfen dann können wir natürlich sagen okay wir wollen über die beiden Menschen hier erstmal ein Seiten Wechsel Momentum generieren und dann auch diese Seite erstmal spielen das heißt wir beide haben erstmal die Chance auf der Seite was zu generieren und was sich dabei als sehr sehr wichtig herausgestellt hat ist dieser Cut in diese Area warum ist das so das hat einen einfachen Grund wenn wir hier jetzt in sämtliche Optionen im Two-Man-Game reingehen und es kommt dazu dass wir über dieses Gate in die Zone kommen dann ist das für die Verteidigung auch wieder etwas was Kommunikation mit sich bringt weil jetzt die Frage sein wird okay gehst du geh ich bist du Drop bist du Drop wer hat den ersten Pass raus also das sind Sachen die nicht alltäglich geklärt sind und wenn sie das sind bringt man halt auch x5 in schwierige Winkel und auch wieder mit der Prämisse die immer gilt wie vorhin schon angesprochen okay ich kann hier bleiben ich kann nachcutten oder ich kann sogar rausgehen je nachdem was ich möchte wenn dieses Two-Man-Game praktisch über das Gate geöffnet wird und deswegen parken wir die Fünf immer auf diesem Weakside Elbow auch in diesem Two-Man-Game in der 4-Out-One-In-Offense wenn der Ball die Seite wechselt wenn es keine dominante Post-Spielerin ist wir reden jetzt nicht über 4-Out-One-In-Offense weil dann kann ich auch darüber reden dass die Fünf natürlich dem Ball folgt aber es geht um Mischformen und wenn man sich entscheidet okay man möchte jetzt das separieren und sagen okay wir brauchen unser Game hier wir beide und wenn wir daraus nichts bekommen haben dann endet das Ganze ja auch wieder in etwas wo wir auch wieder hochdribbeln und jetzt kommen wir in den Moment wo wir jetzt rauskommen und jetzt zwingen wir den Ball und jetzt sind wir im Seitenwechsel Momentum in diese Richtung und jetzt vermischen wir praktisch die also von der von der Vier-Außen-Option hier wird es eine Fünf-Außen-Option und deswegen man kann nicht immer nur separat von Five-Out-Offense sprechen sondern es gibt auch Phasen in der Offense wo wir Five-Out sind und wo wir es nicht sind und hier wäre das zum Beispiel ein klassischer Fall wo wir diese Übergänge schaffen nochmal zurück zu dieser Position hier bei Middle Drive sollte die Aktion hier uns dazu bringen dass wir Middle Drive generieren können kann ich natürlich von hier auch dementsprechend mich absetzen und damit hier auch ein bisschen mehr dafür sorgen dass der Weg Richtung Mitte geklärt wird ja das muss ich dazu nochmal erwähnen dann was ich jetzt nochmal final wirklich rausstellen möchte die Tatsache dass wir mit Pick and Roll laufen mit der Fünf bringt halt super viele Vorteile und wenn wir dagegen flache Verteidigung angreifen und wir in diese Pop-Out Phase kommen ist es einfach eine gute Option für alles was danach kommt ich habe hier einen Wurf ich habe die Möglichkeit auch nachdem ich dir den Ball gegeben habe dass du mir einen Double Gap Cut läufst und ich dann hier einen Pfad bekomme um eins gegen eins zu spielen wir haben einfach so viele Optionen wir können aus diesem Pick and Pop heraus weiterspielen haben wir alle schon besprochen und ich glaube dass dieser Mid-Ball Pick einfach eine gute Sache ist und es auch egal welche Form von Defense wir am Ende treffen werden im 2 gegen 2 für uns sehr viele Lösungsmöglichkeiten gibt und das muss einfach nochmal jedem bewusst sein ich kann natürlich auch in andere Aktionen gehen nach dem Pop Out ich kann hier auch zum Beispiel die Seite räumen und ich hole dich und ich dribbel und ich pitche und ich laufe hinterher und wir kommen in Sidebar Screen rein also es gibt so viele Möglichkeiten dass dieses mit Pick and Roll uns auch einfach in eine gute Continuous Action bringt und wie hier schon angedeutet dass dann in der Offensive Klinik Pick and Roll gibt es uns einfach so viele gute Optionen mit gutem Spacing etwas zu machen und ich möchte es einfach raus pointen dass diese Five Out Offense uns auch oft da rein holt zu guter Letzt auch in solche Faktoren wie okay wir haben hier im Ballscreen sind wir hier gelaufen und wir wollen eine sogenannte Zoom Action sprich wir screenen für die Corner und wir gehen ganz klar in Live Hand Off rein wo wir zum Beispiel dann sowas machen an dem wir dann hier ein Screen drauf packen oder weg cutten also das sind ja ganz viele Dinge die dieses Pop-Out im Mit-Pick-and-Roll uns geben kann und das muss uns bewusst sein was das für eine Waffe ist was wir da kriegen und natürlich können jetzt alle sagen okay Pick and Pop was was ist hier gambeln wir hier dann ist das natürlich ein Cut der brutal ist der das Spiel öffnet den wir dann natürlich laufen werden und ich lese das Spiel an der Stelle und die Situation und wie gesagt ich glaube mit Pick and Roll mit Pick and Pop mit Position 5 unfassbar gute Sache auch wenn wir vielleicht zum Beispiel einen ganz anderen Einstieg haben nehmen wir an wir spielen total klassisch und wir machen sowas und wir kommen über so ein Zipper Screen rein und wir geben das Ganze hier und wir gehen dann in dieses Pop Out und gehen dann hier raus dann hätte man zum Beispiel nach ihr seht alle das Spacing hätte man das Ganze hier ich habe den Blog genutzt du bist weg gepoppt wir haben hier die vier ich bin die eins und das bietet sich natürlich an dann zum Beispiel sowas zu machen ganz tolle tolle Möglichkeiten also das alles gute Dinge die passieren können ja sehr viele gute Dinge die passieren können genau kommen wir zu meinem nächsten wichtigen Element was ich rausstellen möchte ich hatte es auch wie gesagt letztes Mal angedeutet ich glaube so ein Mid-Flare-Screen gibt auch wieder viele Möglichkeiten natürlich ist dann hier die Frage welche offensives Element setzt man davor entweder ist es ein Handoff oder ein On-Ball-Screen damit meine ich dass wenn ich jetzt hier bin dann wäre man praktisch in so einer Situation dass man so den Flare-Screen vorbereitet wenn es ein On-Ball wäre oder wir würden zum Beispiel die Corner frei blocken und das ganze unpitchen Hand-Off und wir würden dann in den Flare-Screen reingehen am Ende geht es um diesen Mid-Flare-Screen und unabhängig davon ob wenn der Ball hier ist und wir sind in den Corners ob du den Screen auch flerst oder curlst die Option danach im Anschluss rauszugehen als Position 5 ist einfach eine super super Möglichkeit weil hier mit dem Ball das Momentum spielen kann und das Momentum kann ja zum Beispiel sein du bist gecurlt und dadurch dass du gecurlt bist sorgst du dafür dass solche Optionen entstehen können und dann ist es ja auch wieder meine Entscheidung will ich die Seite weiterspielen oder will wenn wir wieder in dieses Entscheidung Findungsthema gehen und das ist auch wieder eine Offense wir werden natürlich über Horns nochmal extra sprechen genau wie über 4 Außen teasert das so ein bisschen an dass das immer eine Vermischung ist weil jetzt können wir natürlich auch in 5 Außen offensiven Schemes rein also schemen und genauso gut kann es auch andersrum sein nämlich wenn ich hier den Ball bekommen habe und ja du bist geflärt und der Ball flog aber nicht in den Flair Pass weil die Athletin hat sich damit nicht gut gefühlt sondern der Ball flog eher ins Pop Out und ich will jetzt den Seitenwechsel Momentum an der Stelle weiterspielen dann ist es natürlich auch so dass in dem Moment wo ich jetzt wieder in solche Geschichten reingehe wo ich auf dich zu dribbel dass wieder ein super mit der Option nach da zu gehen und dadurch das Spiel auch wieder unberechenbar zu machen und dem Spiel eine Offenheit zu geben eine Gestaltungsfreiheit zu geben wie wir sie haben wollen in der Spielerausbildung bei den Athletinnen und auch im Allgemeinen glaube ich ist auch für die Defense was Scouting international auf den Linien betrifft es viel schwerer macht deswegen muss man diesen mit Flair genauso rausstellen wie das mit Ball Pick Thema mit Pop Out von der 5 ganz tolle Geschichte und jetzt kommen wir zum Schluss in die klassische Pistol Action wie schon letztes Mal angekündigt klassische Pistol Action wäre hier in dem Fall dass wir mit einem Onball arbeiten von der Ball Side Corner und ich gehe jetzt einfach mal ein paar Optionen durch ich bin der Meinung es gibt hunderte Optionen oder sehr viele Optionen ja letztendlich ist es wichtig man muss sich entscheiden Corner Angle oder Step Up ich bin wenn wir in die klassische Pistol Offense gehen wollen für einen Corner Angle Screen weil der mir die Möglichkeit gibt nicht so tief einzudringen das ist für mich immer hier so ein bisschen tricky weil dann natürlich der Pass dementsprechend in dem Bereich hier wo ich den Ball ja hin haben will schwierig sind jetzt gestalten sich natürlich auch wieder Optionen die wir beim letzten Mal schon angesprochen haben natürlich kann ich hier bei Switch weggehen ja also Logo ja und wenn wir jetzt das Ganze auch ein bisschen deutlicher betrachten hier ist das Screen von der fünften würde ich hier mal in diese Area stellen dass ich natürlich den Screen auch weg slippen kann ja und ja es entstehen viele Optionen natürlich kann ich dann auch wieder ein Onball direkt drauf hauen den ich wieder reject kann ja oder den ich nutzen kann je nachdem also ihr seht das sind so diese Einstiegsphase von der Pistel ist ganz viel los sollten dann Situationen entstehen wo zum Beispiel dieser Verteidiger diese Verteidigerin hier oben gambelt ist das natürlich auch wieder ein spiel öffnendes Element an der Stelle dass ich einfach dann hier wieder reinkatte also das sind alles Optionen Möglichkeiten die das Ganze uns gibt ja in diesem Pistol Offense Thema und was so ein bisschen jetzt in das reingeht was dann die letzte Sache ist dass wir hier so unterwegs sind und jetzt ist der Pistol Screen passiert und ich bin hier und wir würden jetzt Richtung Weakside Elbow abdriften aber wir hätten jetzt ein Five Hour Triangle mit nur Athletinnen auf der Außenposition ja also sprich wir wären jetzt in dem Thema da kann man natürlich auch noch mal weitere Dinge ansteuern zum Beispiel wäre dann so etwas wo man Corner Angle in Hand Off bringt und man dreht um und haut hier wieder ein Flare Screen drauf den kann man dann wieder weg slippen und alles nur weil wir ein bisschen mehr hier sind natürlich kann man auch sagen Stefan warum stellt sie die Leute nicht so hin das geht theoretisch auch ja also es gibt sehr viele Möglichkeiten die aus diesem Pistol movement entstehen genauso wie einfach nur zu sagen okay wir sind hier gestretched je nachdem wie wir stehen dribble an du cut ist weg du kommst ja ich gehe durch ich komme selbe Seite also das öffnet dann ich kann in den Onball hier rüber kommen awesome dribble hand off ja ich kann darüber vielleicht auch wieder Seitenwechsel generieren wenn wir sagen okay die Person cuttet durch und 5 ist hier und über unsere two man game situation kann ich vielleicht das hand off rejecten oder ich generiere wieder Seiten wechsel nach oben dann hat diese pistol off natürlich auch wieder so viele tolle Momente und Schönheiten wo ich sage das gibt uns einfach viele Dinge die auch wieder nicht klar sind wir können abbiegen wir können unberechenbar sein wir können den Weg spielen wir können individuell spielen und ja dieses ich stelle es immer wieder raus offene game und auch individualisierte game skill basierte game missmatch orientierte game ist einfach auch in der pistol eine sehr gute sache genau kommen wir zur letzten sache wir haben das vorhin positionswechsel genannt falls ihr euch erinnert war das dann ganz am anfang die tatsache dass ich den ball passe und zurückhole und wir praktisch einen positionswechsel haben wo der lead guard hier on top ist oder wer auch immer die kugel hatte 5 kann hier in die area weg oder nach da weg und wir hatten das letztes mal so aufgelöst dass wir dann natürlich mit flare movements gearbeitet haben für den lead guard aber was ich damit auch sagen will ist wenn jemand hier oben ist wir wollen das spiel noch mehr außen orientiert haben ja dann bleiben natürlich auch diese ganzen möglichkeiten ähm wie wir das ganze weiterspielen können und das muss uns klar sein wenn wir diesen position switch wollen zwischen den beiden was was unfassbar viele vorteile hat und ja es ist dann nicht nur eine option rescreen zu stellen natürlich sondern auch ein five hour triangle zu bilden mit nur leuten die klassisch auf der außen position unter unterwegs sind okay das ist ein vorteil der uns bewusst sein muss wenn wir über diesen positions wechsel nachdenken und das gilt für mich so ein bisschen das kommt für mich so ein bisschen auch mit in diese diese Piste nummer hinein weil wir da über dieselben offensiven ja optionen und möglichkeiten sprechen okay okay ich gucke in den zehn Minuten oder auch gerne noch fünf Minuten länger, mal gucken, für Fragen. Ja, für Fragen. Fragen zum Vortrag, Fragen zur Five-Out-Offense, Fragen zu offensiven Inhalten, zu der Thematik und so weiter. Und deswegen freue ich mich auf Fragen von euch und ich würde sogar für die letzte Runde jetzt einfach über Hand heben, es muss nicht in den Chat geschrieben werden, einfach da das Feld eröffnen für alle Teilnehmer der Coach-Klinik. Einfach Hand heben und los geht's. Habt ihr, fragt ihr Fragen. Linus, Mikro an und los geht's. Ich höre dich nicht. Haben dich die anderen gehört? Ja? Okay, wow. Es tut mir leid, ich wechsle mal. Stell bitte nochmal eine Frage, Linus. Hört ihr ihn? Warum möchte ich ihn nicht? Nochmal, jetzt. Ja! Okay, hau rein. Genau, ich habe mich gefragt, ob du noch ein paar Elemente hast, beziehungsweise präferierte Elemente hast, wenn es darum geht, aus dieser Five-Out-Offense einen Big-Man oder eine Big-Woman ins Postabzug zu bekommen und da eine gute Möglichkeit zu schaffen. Du hattest, glaube ich, in der letzten Klinik angesprochen, dass dieses von oben die Big-Man reinbringen nochmal da eine ganz andere Dimension schafft. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man halt von oben nach unten kommt und das hat diese Five-Out-Offense im Prinzip als Vorteil, bringt die mit sich. Ihr könnt mich verstehen, richtig? Ich habe es jetzt umgeswitcht. Nicht, weil die Airpods leer sind, sondern weil ich glaube, so kommen wir jetzt schneller zum Ziel. Ich würde, ich würde folgendes machen. Ich würde zwei Sachen auf jeden Fall rausstellen wollen und vielleicht sogar eine kompliziertere, die waren schon in Teil 1 zu sehen. Also das Erste ist, wenn wir diesen Seitenwechsel haben, egal was dann die beiden hier veranstalten, Cut & Fill oder Corner Angle, also der Ball am Ende in diesem Bereich landet hier. Ja, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option, sofort hier reinzugehen und dann dementsprechend auch dann das Ganze weiter aufzulösen, indem ich dann den Ball nach da passe zum Beispiel oder indem ich hier auffülle, wie dieses High-Low weiterspielen und ich dann über die Ecke auch den Ball letztendlich in diese Spots kriege, um dann entweder da oder da. was zu bekommen. Das ist so das einfachste Seitenwechsel-Cutdown. Das andere war, dass über Cut & Fill wir den Shuffle-Screen nehmen und ich glaube, dass das eine sehr gute Option ist, den Ball da reinzubringen. Das andere, was wir heute gesehen haben, wäre dann über den Side-Ball-Screen. Ja, das war nochmal eine Möglichkeit, den Ball nach innen zu bekommen und was wir über den Staggart letztes Mal hatten, war, okay, wir kommen oben raus, aber wir stellen hier den Backscreen für die 5 und wir gehen hier ins Pop-Out und jetzt wird der Ball bewegt. Und wir kriegen den Ball dann darüber nach innen. Also das waren so die Grundbasismöglichkeiten, die ich nochmal rauspointen würde, wenn es um diese Geschichten geht, den Ball nach innen zu kriegen. Ja. Hilft dir das weiter? Okay, mega. Weitere Fragen? Ich bin maximal tiefenentspannt, haut raus. Okay, dann wäre das im Prinzip Teil 2, 5-Out-Offense. Und ja, natürlich haben sich einige Sachen wiederholt, aber ich hoffe, dass der Hauptpunkt, den ich heute machen konnte, erstmal die Sachen sind, die nicht im ersten Teil reingekommen sind aufgrund des Zeitmanagements, erstens. Und dann zweitens nochmal die Individualisierung in den Vordergrund stellen konnte und auch die Vielfältigkeit an Möglichkeiten, die das Ganze mit sich bringt. Und ja, ich wurde, wie gesagt, schon mehrfach gefragt, was sind die Schwächen und dann wurde das an dem Feedbackbogen auch mir so ein bisschen vorgeworfen, dass ich die jetzt nicht so richtig rauspointe, aber ich kann nur das wieder sagen, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber es gibt nicht so viele Schwächen und die Schwächen, die es hat mit diesem Middle Penetration aus diesem High Side Position, weil die Fünfe halt nun mal da in dieser Area ist, die nehme ich halt, wie gesagt, aufgrund meiner offensiven Ausrichtung auch gerne in den Kauf. Und ja, am Ende glaube ich, also wir bei der Nationalmannschaft haben immer den Anspruch, dass wir in diesen Transition-Phasen, wo Fünfe eben nicht reboundet, sondern vorm Ball ist, just individuelle Matchup auch wirklich spielen. Also, dass wir da Leute nicht überfordern oder unterfordern. Mit Überfordern würde ich behaupten, dass wir Leute posten und zielen lassen, die nicht den Körper dafür haben. Und unterfordern natürlich, wenn wir da Bieste haben, dass wir denen den Ball nicht geben, also obwohl sie einen Vorteil haben. Und für uns wäre es immer eine Vermischung in der Transition mit den Abilities von der Fünfe verbunden. Wenn Fünfe Rebounder ist oder Trail, dann ist klar, sind wir sofort in Five Out, also in 50, in 50. Wenn eben nicht, dann wird geguckt, ist es 41 oder 41 in 50 über diesem Weakside Elbow. Oder kriegen wir früher Dragscreens, das ist so das, wo wir rangehen würden, wie wir das aufbauen würden. Und ja, nach Coop-Erfolg ist es dann eine Grundsatzentscheidung. Möchte man die fünf einwerfen lassen mit zwei Leadguards oder möchte man klassisch agieren und das anders auflösen in dieser Four Out, One In-Geschichte? Dazu dann bei der anderen Klinik mehr. Und von daher, genau, ist das auch etwas, wo wir auch im Sommer sehr viel mit unterwegs sein werden in 2023. Und genau. Jetzt kommt auch noch mal was. Ich glaube, wenn man, also danke für die Frage noch mal in den Chat, wenn, woran sollen die Vereine? Ich glaube, die Vielseitigkeit ist das Entscheidende, ja. Also Leute, die Dreier werfen können, sind gut. Leute, die aber auch Dreier werfen können und können eins gegen eins spielen, sind besser. Leute, die Dreier werfen können, eins gegen eins spielen können und Inside eins gegen eins spielen können, sind sehr, sehr gut. Und Leute, die dann zusätzlich noch Cutten und zum Offensivfühl bauen können, obwohl sie eins eins innen und außen spielen können und Dreier werfen, sind unfassbar gut. Leute, die dann zusätzlich noch Pick and Roll spielen können, ja. Und das wäre meine Antwort darauf. Und ich glaube, links, rechts ist es immer ein Thema. Linke Seite, rechte Seite. Ja, und wenn sie dann noch groß sind. Ja, richtig. Dann sind wir bei Franz Wagner, korrekt. Oder wenn man jetzt in den weiblichen Bereich gehen möchte, dann bei unseren Leuten, die in den 1,88, 1,90 Bereich gehen. Leute wie Fiebig. Oder auch, ja, die ganzen Athletinnen, die die letzten Jahre in dieser Ausbildung waren und dann jetzt ihren Weg gehen am College oder auch international. Ja, Marie Gülich macht es gerade vor bei Valencia als Stretch Five. Also von daher, genau. Ich glaube, dass tatsächlich dazu Size noch dann uns dann auch da wieder hinbringt, dass wir sehr, sehr schwer zu stoppen sind. Und ich habe das auch schon mehrfach immer betont in den anderen Vorträgen. Position 2, 3, 4, wenn man klassisch denkt und wir haben wirklich Size mit 1,86 oder zwischen 1,86 und 1,92, ist es einfach etwas, was die anderen Nationen für vorbestimmte Aufgaben stellt und für die unfassbar schwierig ist, zu stoppen. Und wenn man jetzt so ein bisschen auch Richtung Damen-Nation guckt mit Romy Bär und Leo Fiebig auf A2 und A3 momentan, dann geht es ja genau in diese Richtung. Und das ist das, wo wir auch oben bei der Damen-Nationalmannschaft weiterhin müssen, wenn wir uns international eine spezielle Identität geben. Heißt nicht, dass wir auch auf der 2, auf der Combo-Guard-Position klein spielen können, mit 2 Guards, ja, was wir auch teilweise jetzt schon gemacht haben und auch in Zukunft immer machen werden. Aber ich glaube, in diese beiden Richtungen muss es gehen. Und je nach den Fähigkeiten der Position 5, wie vielseitig das ist, eröffnet uns das natürlich auch viele Optionen. Aber ihr seht schon, das Feld ist sehr weit, die Optionen sind sehr groß und ja, das kann ich dazu nur zurückgeben als Antwort. Ja, dann, wie gesagt, sollten keine Fragen mehr sein, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, wir haben jetzt am Ende kein Feedbackbogen. Wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr jetzt noch den Chat nutzen oder eine Direktnachricht nutzen im Chat, weil dieser Feedbackbogen wird erst am Ende der Coach-Klinik-Serie kommen. Und diese Serie wird dann auch weitergehen am 27. Februar, wo wir dann über 4Out1In reden und über Horns Alignments und dann wieder über eine Ideensammlung einfach über ein paar Dinge sprechen werden in dieser Online-Klinik. Und ja, ich habe ein bisschen mehr Platz gemacht für weitere Clinics der Kollegen, da kommt bestimmt bald was. Und ja, dann kommen ja noch die Folgeveranstaltungen für Pick'n'Roll, Offense, Defense und dann im Doubleheader nochmal die komplette Übersicht und einfach mal auch vielleicht einen Einblick, den man so noch nicht mal gekriegt hat oder den wir auch so noch nicht nach außen gegeben haben. Wie sieht eigentlich so ein Lehrgangstag bei uns aus oder so ein Lehrgang und was machen wir da und wie bauen wir diesen Sommer auf? Und das könnte, glaube ich, auch nochmal vor allem im athletischen Bereich oder in der Steuerung von den Spielerinnen vor Ort interessant sein. Und versuchen wir zu beschreiben. Gut, dann wie gesagt, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Gut, dann wie gesagt. 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 Vielen Dank.